Hi, gestern haben wir uns über Symbole als Datentypen unterhalten und ich hatte schon angekündigt, dass wir uns heute angucken, wie man Code als einen Baum von Symbolen repräsentieren kann. Und das ist unterm Strich eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Lisp, nämlich man kann Ausdrücke aus Symbolen bauen, das sind ja die sogenannten S-Expressions. S-Expressions steht für Symbolic Expression. Das ist tatsächlich keine Erfindung von Lisp, das ist ein grundlegendes Konzept der Informatik. Lisp ist aber so ziemlich die einzige Programmiersprache, die diese S-Expressions aufgreift und in der Sprache sozusagen verwendet. Die Definition einer S-Expression ist, dass es entweder ein Atom, also ein grundlegender atomarer Wert sozusagen, wie eine einzige Zahl oder eine Zeichenkette, oder es ist ein geordnetes Paar von S-Expressions, das heißt es ist eine rekursive Definition und das heißt hier wird dieser Begriff des Paars oder des Zweitupels eingeführt. Und genau das sind S-Expressions im Wesentlichen auch. S-Expressions repräsentieren im Normalfall Tupel, genau genommen zwei Tupel oder eben einen einzelnen Wert, wobei auch das kann man als Tupel ansehen, wo nämlich sozusagen die linke Seite des Tupels mit dem Wert belegt ist und die rechte Seite sozusagen undefiniert ist. In Lisp gibt es zum Definieren solcher Tupel eine Funktion, man spricht nämlich, oder es gibt die Cons-Funktion, das steht für Constructs Memory Object, und man spricht bei einem solchen Paar, von einem Wertepaar, spricht man auch von einer sogenannten Cons-Zelle. Und eine solche Cons-Zelle enthält eben immer zwei Werte, beziehungsweise sie hat zwei Bereiche, um zwei Werte aufzunehmen, oder sie kann natürlich auch Pointer auf Werte enthalten, das heißt eine Cons-Zelle kann auch auf eine andere Cons-Zelle oder auf zwei andere Cons-Zellen verweisen. Das heißt, eine Cons-Zelle kann zwei Cons-Zellen enthalten, oder sie kann zwei Werte enthalten, oder sie kann eine Mischung daraus enthalten. Und diese Cons-Zellen, das sind die Grundlage für alle anderen Datenstrukturen. Die erste Datenstruktur, die ich mit einer Cons-Zelle abbilden kann, ist logischerweise ein geordnetes Paar, das ist naheliegend, denn genau das ist ja die Definition einer Cons-Zelle. Das zweite, was ich mit einer Cons-Zelle oder mit mehreren Cons-Zellen bauen kann, ist eine Liste. Das heißt, ich habe immer links in der Cons-Zelle sozusagen den nächsten Listenwert und rechts in der Cons-Zelle sozusagen den Pointer auf den Rest der Liste, also auf die nächste Cons-Zelle, und ich hangele mich damit sozusagen von Cons-Zelle zu Cons-Zelle zu Cons-Zelle. Und am Ende, die letzte Cons-Zelle kann entweder wieder auf die erste verweisen, dann hätte ich sozusagen eine zirkuläre Liste, oder man braucht so eine Art Ende-Pointer, und das ist in Lisp der Wert nil, was gleichbedeutend ist mit der leeren Liste. Ich kann aus Cons-Zellen aber auch Bäume aufbauen, wenn ich nämlich nicht Werte in diese Cons-Zellen speichere, sondern wenn eine Cons-Zelle einfach links und rechts jeweils einen Pointer auf eine andere Cons-Zelle enthält, habe ich schon eine Baumstruktur geschaffen, und das kann ich dann natürlich beliebig verschachteln. Ich kann Bäume mit Listen bauen, ich kann Listen aus Bäumen bauen, und so weiter und so fort. Das heißt, der Fantasie für Datenstrukturen sind da im Grunde genommen keinerlei Grenzen gesetzt. Für den Zugriff auf diese beiden Elemente einer Cons-Zelle gibt es zwei Funktionen, nämlich die Car-Funktion und die Cader-Funktion. Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie Head und Tail oder First und Rest. Das heißt, Car liefert sozusagen den linken Wert, also das erste Element aus einer Cons-Zelle, und Cader liefert sozusagen den ganzen Rest. Und wenn eben an diesem Rest in der rechten Hälfte einer Cons-Zelle ein Verweis auf eine weitere Liste ist, dann bekomme ich eben über Cader die entsprechende Liste zurück. Und genau das ist ja auch das, was ich mit Head und Tail oder mit First und Rest abbilden kann. Wenn ich zum Beispiel auf das zweite Element einer Liste zugreifen will, dann muss ich mir zunächst über Cader den Rest holen und dann mit Car das erste Element dieses Restes. Und das ist dann eine Funktion, die kann ich auch wieder zusammenfassen. Und Lisp stellt also für solche Zugriffe für die zweite, dritte, vierte Stelle einer Liste, stellt es entsprechende Funktionen zur Verfügung. Diese Namen Car und Cader, die ein bisschen seltsam wirken, die haben historische Gründe. Lisp ist ursprünglich für die IBM 704 entwickelt worden. Und diese beiden Bezeichnungen stehen für Content of Address Register bzw. Content of Data Register. Das Besondere in Lisp ist nun, dass diese S-Expressions eben verwendet werden können für Daten. Das ist relativ logisch, denn wir haben ja gerade über Datenstrukturen gesprochen, aber auch für Code. Das heißt, Code kann man als Datenstruktur darstellen in Lisp. Und das ist sogar die ganz normale kanonische Form, wie Code in Lisp repräsentiert wird. Und das ist aus technischer Sicht nichts anderes als ein Ast, also ein Abstract Syntax Tree, ein abstrakter Syntaxbaum. Und diese abstrakten Syntaxbäume, die sind ungemein wichtig, wenn man zum Beispiel Compiler bauen will, wenn man Code-Analyse durchführen will und ähnliche Dinge, wenn man also programmatisch mit Code hantieren will. Und in Lisp ist eben Quellcode aufgrund der Art, wie notiert wird, bereits ein abstrakter Syntaxbaum. Und das führt dann automatisch auch zu der Präfix-Notation, die ja in Lisp, Gang und Gäbe ist, die zunächst oft ein bisschen fremdartig wirkt, die bei Funktionsaufrufen vielleicht noch normal erscheint, aber bei Operationen wie zum Beispiel der Plus-Operation oder Ähnlichem nicht unbedingt. Das sieht ungewohnt aus, vereinfacht aber eben sehr, sehr vieles und entspricht eben, wie gesagt, vor allem unter der Haube einem abstrakten Syntaxbaum. Und was man dadurch gewinnt, ist die Möglichkeit, Listen direkt zu manipulieren. Und weil Lisp eben Code und Daten sein können, gewinnt man die Möglichkeit, Code direkt zu manipulieren. Und das ermöglicht auf sehr, sehr einfache und elegante Weise in Lisp Metaprogrammierung, also Programme zu schreiben, die Programme schreiben oder Programme zu schreiben, die sich selbst modifizieren. Und das funktioniert halt nur deswegen, weil die gleichen Strukturen für Code und für Daten angewendet werden, die ich eben auch mit denselben Sprachmitteln sozusagen modifizieren kann. Und aus genau diesem Grund, weil Metaprogrammierung so einfach wird, weil sich selbst modifizierende Programme so einfach gemacht werden. Genau deswegen ist Lisp auch eine sehr wichtige Sprache in der künstlichen Intelligenz. Darüber haben wir ja im Architectures Daily 106 schon gesprochen, über künstliche Intelligenz. Das verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Und das Spannende ist, dass diese S-Expressions, ich habe ganz am Anfang gesagt, Lisp ist so ziemlich die einzige Programmiersprache, die das nutzt. Trotzdem gibt es auch in modernen Sprachen immer wieder Stellen, wo S-Expressions auftauchen. Wenn man sich zum Beispiel, das ist eine höchstmoderne Sprache, wenn man sich WebAssembly anschaut, dann ist die textuelle Darstellung von WebAssembly genau mit diesen S-Expressions gemacht. Und das sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus, wenn man das liest, wie Lisp. Es gab tatsächlich auch andere Notationsversuche für Lisp. Zum Beispiel gab es noch die M-Expressions, die dann auch Infix-Operatoren eingeführt hätten, die eine Notation für Funktionen eingeführt hätten und so weiter. Aber das wurde nie implementiert. Das ist über das Entwurfsstadium quasi nie hinauszukommen. Und diese Tatsache, dass Daten und Code gleich behandelt werden, das nennt man Homoikonizität. Und das führt eben noch außer dazu, dass man eben Code und Daten gleichermaßen manipulieren kann, führt das noch zu weiteren sehr interessanten Effekten. Und über die reden wir dann morgen. Für heute möchte ich mich bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr von YouTube auch immer über neue Videos benachrichtigt werdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!